So, nachdem wir eine wichtige Schlacht gegen Dänemark verloren haben, beginnen wir jetzt mit einer neuen. Diesmal gegen Mailand. Der Feind bringt Verstärkung! Und sehr schön, wir müssen jetzt mal nicht in zig Fronten kämpfen. Um diesen Arm zu schützen. Feind ist wie ein Abläufer erwartet. Es Sie schon immer weiter nach dem Jastmal? Ich werde E팀, ich werde Einglisch. Oh, ich bin auf jeden Fall. Ah, ich bin ja. Ach, ich bin mir einfach. Ich bin aber im Abläu! die gegnerischen truppen und feine gerade nach oben es dürfte jetzt so ziemlich gehen würde ich meinen ja So, während die hier jetzt vormarschieren, stellt ihr euer Feuer ein. So, und die Flachzeuge ist ja jetzt hier unten gesandt. So, und die Flachzeuge ist ja jetzt hier unten gesandt. So geht's also gut voran, würde ich meinen. So, okay. So, und die Flachzeuge ist ja jetzt hier unten gesandt. So, und die Flachzeuge ist ja hier unten gesandt. So, gut sieht alles so aus, würde ich meinen. So. So, mein General spielt hier auf einer ganz anderen Seite, merke ich gerade. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts! Und zermalmt den Feind! Hm. Jetzt noch. Ach, das kann doch nur schief gehen. So, hallo! Und zack, da hat er eh mal verpasst bekommen. Dann kommen wir vielleicht noch eine, noch eine, noch eine, noch eine von denen jetzt kommt. Seht, wie unser Feigerfeind rennt! Zeigt den Angriff voranzutreiben! Ha! Der feindliche König fliegt vor unseren Truppen! Bringt ihn zur Strecke! Er hat ja gar keine Chance mehr zu entkommen. Ja, jetzt versuchen wir hier rauszukommen. Ach, du liebe Gott. Den hat's da hingekroffelt. So, dorthin da haben wir noch Genua-Bogenschützen. Los geht's! Die holen wir uns noch. Was haben wir hier unten noch für Truppen? Aha! Seltener! Wir holen uns alles, was noch geht, würde ich meinen. Ach, hat das schön gemacht. Was für ein gütiger Brems-Asteres. Das ist das für ein Spiel, was sie hier trauen. Das ist das für ein Spiel, was sie hier trauen. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Gewinnt. Gewinnt. Auch wenn ich wieder mal total still war, einfach weil ich mich versucht habe zu konzentrieren. Oder weil ich mich konzentriert habe. Ja, ihr wisst, dass wir bezahlen können. Hm. Ich will nicht sterben. Verzeih, was sie sich... Wunder. Endlich! Sieg! Gott ist mit uns, Kaiser. Wir waren siegreich. So einfach. Ein Grundbericht. Okay. Der Bau wurde abgeschlossen. Okay, wir sind mit dem Türksbericht. Oh, mein Land. Mein Kaiser. Verrat mir mal was. Es ist nur ein Grenner. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Es wird schon bald eine Ruine sein. Verratet mir den Namen des Ziels. Ein Intrigant ist er. So wie ein Attentäter wollte... Oh, wir haben Geld erhalten. Und das nicht zu knapp. Ich wette mit einer Schmiede... ...erhalten wir dann wieder ordentlich neue... ...Truppen, die wir rekrutieren können. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. So, einer... Ne. Er ist eine große Mauer. Und dann schauen wir weiter. Ich würde mal in einem Lehrergabe noch machen, zu wollen. Ja, mein Kaiser. Ja. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ihr wünscht? Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Wir haben die Belagerung begonnen. Sie sind verloren. Gebt den Befehl. Dann reißen wir die Mauern ein. So, weiter geht es. Kaiser! Hier oben war ja... Mein Kaiser? Totaler Mist, ne? So, hier bauen wir eine Schmiede. Es bringt ja alles nichts. Das ist ja das Stimme hier. Pensionsquartier. Bogenschützen, Beritteneserjanten. Was ist das hier? Heiliger Kaiser! Voller Stolz, Kaiser! Okay. In Staufen haben wir ja auch immens viele Truppen. Und das war's auch schon wieder. Was können wir denn hier eigentlich rekrutieren? Ach, das soll ja fortbilden. Wie glücklich wir sind, dass ich da bin. Ach, das finde ich so herrlich. Gut, nächste Runde. Finkreich macht wieder einen Knicks vor uns. Und überlegt. Gut. Von. Vielen Dank.